Diesmal stelle ich euch einen Roman vor und zwar den Brüste und Eier von Mieko Kawakami bei Dumont erschienen. Habe ich nur als E-Book gelesen, deshalb kann ich es euch nicht vorblättern. Das ist ein Roman über das Schwangerwerdenkönnen von einer japanischen Autorin. Die Eier, um die es im Titel geht, das sind ihre Eier. Sie ist nämlich, sie hat keinen Mann und sie hat auch keinen Spaß am Sex, möchte aber schwanger werden und recherchiert dann so ein bisschen, wie sie das machen kann mit einer Sperma-Bestellung in Dänemark zum Beispiel oder indem sie Sperma von einem Mann nimmt, der sich gerne fortpflanzen will und man erfährt also so wie das Thema Reproduktion außerhalb klassischer Familienstrukturen in Japan so diskutiert wird, will ich nicht sagen, aber wie das angelegt ist in der Geschichte. Sie ist also so um die Mitte 30. Damit vermoben, also mit diesem Handlungsstrang ist ihre Familiengeschichte eine wichtige Rolle spielt ihre ältere Schwester, ihre deutlich ältere, ich würde sagen so zehn Jahre ältere Schwester, die nach Tokio kommt, um sie zu besuchen, um sich ihre Brüste machen zu lassen und dabei ist auch noch ihre Tochter, also die Tochter der Schwester, die Nichte der Protagonistin, die so Teenager ist am Anfang und am Ende junge Erwachsene und das ist sehr interessant und spannend erzählt, weil verschiedene Themen da mit verwoben sind, zum Beispiel soziale Unterschiede. Die Familie kommt ursprünglich aus ärmlicheren Verhältnissen vom Land und zieht dann in die Stadt, also die Protagonistin steht auch für so einen Aufstieg, einen sozialen Aufstieg in so ein intellektuelles Milieu. Es geht aber auch um die Unterschiede zwischen Frauen, zwischen ihr, ihrer Schwester, aber auch Kolleginnen oder anderen Autorinnen, ihrer Lektorin, also es sind viele Frauenbeziehungen, die da in dieser Geschichte verwoben sind. Auch einige Beziehungen zu Männern werden angesprochen. Das ist also sehr angenehm zu lesen, nicht schwierig, also es ist eine Geschichte, die so mit reinzieht, aber halt auch aufschlussreich in Bezug auf die derzeitigen Verhandlungen von all diesen Themen, Geschlechterdifferenzen, Emanzipation, soziale Ungleichheiten und so weiter im Japan von heute. Also Empfehlung meinerseits, lest das ruhig mal, Prüste und Eier von Mieko Kawakami.